Es wird also wieder eine bunte Sendung. Diese Flagge hier zeigt nicht nur die Farben des Regenbogens, sondern sie steht auch für Vielfalt und Toleranz. Und sie wird seit den 70er Jahren als Symbol verwendet für die Schwulen- und Lesbenbewegungen. Wir haben einen homosexuellen Studierenden der Uni Bielefeld begleitet. Marcos Daniels hat uns mal erzählt, wie das Leben hier in Bielefeld als Schwuler so ist. Ich bin Marcos Daniels, ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere an der Uni Bielefeld Politik, Wissenschaft und Soziologie. Und ich bin schwul. Marcos lebt seit drei Jahren in Bielefeld. Dass er schwul ist, ahnt er bereits mit 13. Geoutet hat er sich aber erst ein paar Jahre später. Die Reaktionen darauf waren unterschiedlich. Das haben wir uns schon gedacht. Oder das überrascht uns nicht, irgendwie sowas. Mama musste erst mal schlucken. Sie meinte halt, man muss da erst mal nochmal nachdenken. Das ist natürlich schon ein kleiner Schock. Aber sie hat auch direkt gesagt, dass das für sie kein Problem ist. Und mein Vater war da ein bisschen zurückhaltender. Aber ich glaube, das ist bei vielen Vätern so. Aber der hatte auch gar kein Problem mit. Ich habe eigentlich nie wirklich schlechtes Feedback bekommen oder so. Seine Homosexualität ist heute kein Thema mehr. Weder zu Hause noch im Freundeskreis. Trotzdem sind für ihn Freiräume wichtig. Im Gütersloher Jugendtreff Get-In ist Marcos einmal pro Woche. Weil man da einfach viele seiner Freunde trifft halt einfach. Und man ist einfach für sich unter sich. Da kann man ganz offen reden. Und ja, das ist schon eine Art Rückschrugsrat auf jeden Fall. Aber nicht nur in Gütersloh gibt es solche Angebote, sondern auch in Bielefeld. Zum Beispiel die Bars, Muttis oder Quers. Außerdem darf der jährliche Christopher Street Day nicht fehlen. Hier geht es nicht nur ums Feiern, sondern auch darum, ein Zeichen zu setzen, sagt Christoph Mühe, der sogar einen Gottesdienst anlässlich des CSD organisiert. Also man muss einfach dranbleiben. Immer wieder auf sich aufmerksam machen, auf die Rechte, auf Gleichberechtigung, Antidiskriminierung pochen. Und der Christopher Street Day hat ja auch jedes Jahr eine politische Botschaft. Auch abseits des CSD wirkt der Verein Homosexuelle und Kirche für mehr Toleranz. Denn besonders in christlichen Kirchengemeinden führt das Thema immer wieder zu Spannungen. Einige Mitglieder sehen einen starken Widerspruch zwischen Homosexualität und ihrem Glauben. Dabei berufen sie sich häufig auf Bibelzitate. Also da geht es dann um das Verständnis, wie verstehe ich eigentlich dieses vielfältige Buch, dieses Lebensbuch, wo Erfahrungen von Menschen aufgeschrieben sind. Und solche Menschen sind einfach unbelehrbar. Und da kann man sich höchstens auf höhere Werte, auf die Liebe, auf die Menschenfreundlichkeit Gottes berufen und hoffen, dass es dann irgendwann vielleicht bei den Menschen mal Klick macht. Einen großen Schritt in Richtung Offenheit geht auch die Neustädter Marienkirchengemeinde. Hier sind Homosexuelle gerne gesehen. Pfarrer Alfred Menzel traut auch homosexuelle Paare. Für ihn selbstverständlich. Schwul-Lesbisch sein gehört zum Leben. Und warum soll das versteckt werden? Es muss auch nicht immer Thema sein, sondern es muss aber auch gelebt werden dürfen. Und das ist uns hier in dieser Gemeinde gelungen. Homosexualität, Offenleben, das ist das Ziel. Ein erster Schritt ist schon getan. Für die Zukunft wünscht sich Markus aber vor allem eins. Ja, einfach die Gleichstellung, dass wir die vollständige Gleichstellung bekommen. An seiner Meinung zu Bielefeld und den hier lebenden Menschen ändert das aber nichts. Wenn ich auch mit Freunden darüber rede, in Bielefeld, da hat noch nie jemand wirklich Probleme gehabt. Also Händchen halten, auf der Straße rumzulaufen zum Beispiel, sowas in der Art. Oder auch bei den Partys. Nee, da gibt es nie irgendwie Ärger. Also Bielefeld ist ja offen. Aber ich laufe jetzt ja auch nicht mit meiner Regenbogenpfanne durch die Stadt. Ich bin ja, denke ich, mal eher so ein bisschen unscheinbar und wir ganz normal. Aber ja, also ich fühle mich wohl. Und darauf kommt es doch an. Wir wollen uns wohlfühlen. Wir wollen uns über 5,3,5,1, Setzen Wir werden uns über 5,3,2,7, 05,5,7, 05,5, 05,00, 05,0,1, 05,0. Vielen Dank.